Guten Morgen, Herr Küppersbusch. Hallo, guten Morgen, Herr Bergholz. Warum gibt es im Fastfood-Bereich eigentlich noch keinen Staatsburger? Der Staatsburger, wir haben in Essen immer noch eine Frittenbude an der Hindenburgstraße, die hieß mal Hindenburger. Inzwischen, glaube ich, wieder, das fand ich einen guten Kompromiss zwischen moderne und deutschem Geschichtsbewusstsein. Dann wird es in Essen sicherlich auch einen Bürgermeister gegeben haben, aber davon mal weg und hin zu unserem... Royal TS. Sozusagen. Und hin zu unserem Wort der Woche, der Staatsbürger. Also gibt es eigentlich auch Bürger ohne Staat? Also ist erst Staatsbürger, wer auch einen entsprechenden Pass hat? Ja, beziehungsweise nein. Danke fürs Gespräch, Herr Küppersbusch. Gern geschehen, immer kompetent hier. Also es gibt natürlich Staatenlose. Das sind Leute, die eine Staatsangehörigkeit nicht beantragt haben oder denen sie nicht gewährt wurde. Aber um auf den Nebensatz fein zu hören, Deutscher ist, wer einen deutschen Pass hat, hatten sie eben sinngemäß formuliert. Nee, eben nicht. Also ich habe einen Person in der Tasche oder sogar einen Reisepass. Und dann sagt die Behörde, ja mein lieber Freund, das ist eine widerlegbare Glaubhaftmachung. Das begründet nur die hinreichende Vermutung, dass du deutscher Staatsangehöriger bist. Wenn du mir das wirklich nachweisen willst, geh zur Behörde und hole dir einen Staatsangehörigkeitsausweis. Das ist eine ganz schmucke Urkunde, die die Behörde auf Wunsch ausstellt und die belegt dann wirklich die Staatsangehörigkeit für den Zeitpunkt der Ausstellung. Also was wir in der Brieftasche haben, was uns Grenzübertritte erlaubt oder wir vorlegen müssen, um uns irgendwo zu beglaubigen, das begründet nur eine Vermutung. Aber wer gehört denn nun wem beim Staatsbürger? Der Bürger dem Staat oder gehört der Staat dem Bürger? Der Bürger ist geborgen. Also von der Wortherkunft her schwebt da hinten im Hintergrund noch die Burg mit, also das befestigte Wohnen, auch die Mauern der Stadt. Und es bürgt also nicht irgendjemand jetzt für irgendjemand, sondern der Mensch begibt sich in den Schutz einer Gemeinschaft. Und das macht er aktiv oder macht er das rein durch Geburt? Also wer ist denn nun überhaupt rechtmäßiger Staatsbürger? Ja, da kann man sich ein bisschen was aussuchen. Also durch Geburt, wenn mindestens ein Elternteil deutsch ist, wenn ich als Kind die Staatsbürgerschaft annehme, also das erkläre, nach dem bundesvertriebenen Gesetz kann ich immer noch deutscher Staatsbürger werden, als Überleitung, da kommt er wieder, als Deutscher ohne Staatsangehörigkeit. Und dann gibt es noch eine schöne Regelung, wer mindestens zwölf Jahre lang von deutschen Stellen als Staatsangehörige behandelt wurde und das nicht zu vertreten hat. Also ich laufe jetzt zwölf Jahre durch die Gegend und die Polizei und das Finanzamt und alle sagen, Mensch du, hör mal hier, bezahlen oder machen oder tun. Und dann kann ich nach zwölf Jahren sagen, so, äh, schreien gelegt, ihr habt es ja gar nicht gemerkt. Übrigens ist auch ein Findelkind, das in Deutschland gefunden wurde, erstmal deutscher Staatsbürger bis zum Beweis des Gegenteils. Okay, so sagt ja zum Beispiel die CDU auch, da hat der Generalsekretär der Partei gerade erklärt, dass die Staatsangehörigkeit das wichtigste Bindeglied zwischen den Bürgern und unserem Land sei. Sind also die ohne deutschen Pass ungebunden, auch wenn sie schon Jahrzehnte hier leben? Ja, also ich glaube im Alltag taucht ja sehr schnell auf, dass ich zum Beispiel Steuern bezahle, dass ich Sozialabgaben bezahle, dass ich mich hier ans Recht halte, dass ich mich hier aufhalte. Und das ist eigentlich der Kernstreit. Wir sind halt eine sehr späte Nation und müssen allen, die hierher kommen, Staatsbürger werden wollen. Ehrlich zugestehen, Freunde, bis 1913, und das ist ja nun noch nicht so lange her, waren wir auch keine deutschen Staatsbürger, sondern selbst im Deutschen Reich waren wir noch Bayer oder Württemberger oder Schleswiger oder welchem Fürsten wir gerade den Popanz an der Stange zu grüßen hatten. Und dieses Jus Sanguinis, dahinter schwebte also dann 1913 die Idee, dass es ein deutsches Blut, Sanguis, lateinisch, geben würde. Das nun mählich, mählich, mählich umzubauen auf ein Jus Soli, ein Recht der Scholle, also Deutscher ist der, der auf deutschem Boden rumläuft. Das ist halt sehr mühevoll und das weckt auch immer wieder diese Optionen. Und wir hatten ja dazu auch Wellen in den 90er Jahren, als die Politik angefangen hat, das vom Recht des Blutes auf das Recht der Scholle umzubauen. Und immer galt die Warnung oder halte die Warnung, dann werden wir überschwemmt, also wenn wir da den Riegel rausziehen. Und was in Wirklichkeit passiert ist, dass es so um die 100.000 Einbürgerungen pro Jahr sind, bei 11 Millionen nicht-deutschen Staatsangehörigen, die in Deutschland leben. Also es ist hier ein völlig recht, ein sehr emotionales Thema. Und ein spannendes Wort. Die Staatsbürgerschaft auf ein Wort mit Friedrich Küppersbusch bei Brem 2. Schönen Dank, Küppersbusch. Gerne, Herr Bergholz. Schönen Tag.